so ihr lieben das immer wieder bei der vor ist so und ich habe es immer noch nicht rausgefunden na gut so taucherflaschen haben wir schon mal dann vielleicht finden wir unsere rehwitter dann müssen wir aber da lang noch eine schildkröte aber essen haben wir ja jetzt gucken jetzt mal im wald sind da jetzt weg geflogen stein vielleicht finden unsere rebe dort kriegen wir nämlich unsere feile bitte nein da müssen wir da lang da war das jetzt ganz aber die leuchte mal alles machen wir brauchen nämlich noch in feld brauchen wir noch für so eine schöne wasserflasche nein wo rennt die denn nun alle hin die rennen immer weg ja so gut egal wir brauchen wir welche bär ich würde es jetzt mal interessieren wir die hinlaufen kommen wir gucken mal aber pflanzen sammeln nötig nicht rennen die nur überall hin jetzt sieht man überhaupt geben wir nicht mal ein tier doch doch ein frosch da muss es irgendwo wasser geben aber hier gibt es da fische 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 aber warum haben wir kein sperr mehr doch hier wo 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 und das okay wir sind voll gut ja wo bräuchten doch noch ein paar warum sind hier keine tiere da weiß ja gut ich kann man so fangen ich will erst mal ein reh haben sonst rennen wir so viele rehen rum du hast auch nicht schon wieder zu schnell bei den wuster frosch laufen wir wieder nach hause schein zu truder neos und das koch wow du dems stoff wow pflegermeister nein oh hier geht es rein wollen wir jetzt schon in die höhle gehen ich bin mir da nicht so sicher nein mach doch mal kaputt alkohol halt den alkohol stoff wollen ich noch bauen mal hier eine fahne warten das bitte halt das hier nein nicht kaputt machen was fehlt stein stein machen wir grün hüllen kennzeichnen wir mal grün genau hier hier stoff stecke zum voll das stoff und kann ich nicht nehmen ist aber noch da also noch mehrere die haben den stoff wir gucken mal rein los die beine wollen wir nicht wir gucken mal rein gucken mal rein so ja mit licht sieht man was das ist zähne überall die das ist das licht an machen ich finde mal wieder raus das licht an 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 wird zu stärker recht also stärker ja ich bin angsthase alleine in der höhle im dunkeln und sieht nicht man hört viecher ich will wieder raus nein du sollst das ist doch mal das licht an wo bist du macht das licht an macht das licht an warum macht er gerade da ist licht aus ja recht mehr bist du wahnsinnig macht er unsere rüstung kaputt der wahnsinn noch eher noch ein kleines feuer er traut sich nicht da komme er so vore macht er nicht da hochklitschen den zahn herr nein jetzt ja muss und knochen wo haben wir knochen haben doch auch keine knochen auch doch hier reichen die reichen nicht kleine rüstung bau ein kopf wollen wir nicht noch mal machen das noch 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 immer was bin ich du bist blut ja ja wir haben auch gerade gekämpft wir haben ein bisschen rüstung menschen ein menschen ein menschen ein menschen ein menschen ein menschen durchsuchen hier ist ein seil höhlen sind böse oder manchmal gut man weiß es nicht ist weggeflogen voll geld stoff stoff ist immer gut so man ist so damit wir haben zu trinken mit aus alkohol schlecht müssen wir doch macht das nicht dahinter stopp geht nicht kaputt so ihr lieben da haben wir jetzt was gefunden was und ich würde sagen wir machen dann in der nächsten folge weiter dazu müssen wir aber auch mal was zu trinken mitnehmen müssen wir jahren dass wir wenn wir hier wird reingehen was zu trinken haben ob das licht an gut ihr lieben somit der mega daumen für euch und tschüss